Der 1. FC Union hat es offiziell bestätigt, Urs Fischer ist nicht mehr Trainer bei den Eisernen. Ich hatte Angst vor diesem Tag, jetzt kommt er früher als gewünscht. Mit emotionalen Worten richtet sich der Präsident des 1. FC Union, Dirk Zingler, an die Presse. Lange hat Fischer mit Unterstützung der Vereinsverantwortlichen gekämpft. Aber nach 14 Spielen ohne Sieg, davon 13 Niederlagen, ist jetzt Schluss. Der erfolgreichste Trainer in der Vereinsgeschichte des 1. FC Union ist jetzt Geschichte. Falls ihr die letzten Tage unter einem Granitblock oder einer Bettdecke verbracht habt, dann wisst ihr jetzt auch, was passiert ist. Wir befinden uns in einer neuen Zeitrechnung im Berliner Fußball. Wir sind in der ersten Woche NU, nach Urs. Und deswegen gibt es auch in der Länderspielpause eine Ausgabe des Hauptstadtderby-Podcasts mit Axel Kruse. Hallo Axel. Hallo Dirk, es war künstlerisch sehr wertvoll, dieser Einstieg. Damit du auch weißt, worum es heute geht. Und mit Christian Beek, der sich mit Trainer entlassen hat. Wie viele Trainer hast du eigentlich entlassen als Manager? Sag mal. Och. Sein Spitzname ist Sinsse. Drei, vier oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber viele waren es ja nicht. Naja, drei, vier sind drei, vier mehr als bei Axel und mir. Wurdest du mal entlassen? Bei Tasmania wurdest du mal entlassen? Nee. Ich sag mal, reicht es noch, mich entlässt man nicht. Nee, ich bin mir sicher. Also nicht. Natürlich nicht. Da musst du trotzdem jetzt versuchen, qualifiziert drüber zu reden. Denn natürlich ist das das Thema dieser ganz besonderen Ausgabe unseres Bundesliga-Podcasts, der heute einen ganz klaren, rot-weißen Köpenicker-Schwerpunkt hat. Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt-Derby, der Union und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Also langsam gewöhnen wir uns dran. Es ist jetzt Realität, der 1. FC Union hat noch das gleiche Lied, die Hymne, hatte neulich auch Geburtstag, ein Jubiläum, was ein kleines bisschen untergegangen ist, denn es gab dann ganz andere Nachrichten aus Köpenick. Wir haben es alle mitbekommen, letzte Woche Mittwoch, morgen kurz vor 10 Uhr, die Nachricht der 1. FC Union und Urs Fischer trennen sich. Um 14 Uhr eine Pressekonferenz, die wir hier sogar live im rbb-fernsehen aus genau diesem Studio übertragen haben. Axel war auch mit dabei. Abends haben wir eine Sondersendung gemacht. Christian war zugeschaltet aus Köln in dem Fall. Es gab schon einiges zu besprechen, aber heute haben wir natürlich Zeit, die Gemengelage ein kleines bisschen zu vertiefen. Mit dem Abstand einiger Tage, Christian, kannst du dich an eine Trainertrennung, ich will immer das Wort Entlassung vermeiden, dieser Art in der Bundesliga-Geschichte erinnern, wo das so auf so eine schiedlich, friedlich, freundschaftlich, beiderseitige Art auseinanderging? Das ist wirklich sehr, sehr speziell und völlig ungewöhnlich. Vor allem, wenn man sich die Werte anschaut. 14 Mal nicht gewonnen, 13 Mal verloren. Da ist, glaube ich, in jeder anderen Stadt und in jedem anderen Club brennt da richtig der Saal. Alle Fans, Sponsoren, Präsidien, Aufsichtsräte, alles, was es gibt, würde wahrscheinlich schon Sturm laufen. Das war ja ganz und gar nicht der Fall und auch zu 100 Prozent berechtigt, weil Urs Fischer ja nun auch wirklich Herausragendes geleistet hat und schlussendlich jetzt auch gemeinsam mit dem Präsidenten, wie wir es rausgehört haben, auch eine Lösung gefunden hat für die Situation, die halt für einen Klub nicht gut ist. Und der Präsident hatte vor zwei, drei Wochen so ein Statement mit drei tiefen Fakten angezeigt, dass es unter anderem ein Fußballverein ist und wir Ergebnisse benötigen und daran auch schlussendlich alle gemessen werden und wir uns alle dem auch irgendwann mal unterordnen müssen, ja, bei allen Erfolgen und Leistungen, die gebracht wurden. Und das hat man einfach gemacht und ich fand es wirklich toll, großartig, kein böses Blut, kein Hinterhergetrete von den Beteiligten, die ja nun mal die Wichtigsten an so einer Geschichte sind und viel Dankbarkeit in den sozialen Medien haben, glaube ich, unendlich viele Fans nochmal ihr Danke bekundet und das war einfach eine ganz tolle Sache, so wie man sich das eigentlich immer wünscht, aber es geht halt nicht, weil Fußball halt schon ein bisschen anders funktioniert. Das war eine absolute Ausnahme deutschlandweit, das hat man, ich kann mich nicht erinnern, da ich sowas erlebt habe. Ja, aber dann ist ja Union ja doch ein ganz normaler Fußballverein. Also da wird ein Trainer entlassen, nach Ergebnissen gemessen, da wird mit Westgeld bezahlt. Aha, das ist nochmal für mich so, weil das ja immer gerne so anders dargestellt wird. Naja, aber Moment. Am Ende ist es genau so, wie du es gesagt hast. Es hat ein bisschen länger gedauert und es war deswegen... Und es war doch nicht eine ganz normale Trennung, es war doch etwas Besonderes. Ja, deswegen sage ich, es war deswegen etwas Besonderes, weil es eine unglaubliche Erfolgsstory war mit Urs Fischer. Deswegen, die Trainerentlassungen vorher bei Union waren so wie bei jedem anderen auch. Der hat keine 14 Spiele gekriegt, die haben dann halt nur sieben gekriegt, wie wir mal gekriegt. Aber am Ende ist das natürlich, wie Beke gerade gesagt hat, es geht um Ergebnisse, es geht um den gesamten Verein und es geht um ganz, ganz viel Geld. Weil wenn nämlich Union absteigt, dann werden ganz, ganz viele Leute entlassen, dann ist ganz, ganz viel Geld weg. Also Union, das wollte ich damit nur sagen, ist dann doch ein ganz normaler Verein. Genau, und trotzdem würde ich darauf beharren, dass der Stil und die Art und Weise dieser Trennung besonders war und doch einigermaßen einzigartig. Diese offenkundig ja wirklich einhellige Entscheidung, es war ja nicht, der Trainer schmeißt hin und es war auch nicht, der Trainer wird gefeuert, sondern offenkundig, ich nehme das den Beteiligten voll ab, gab es die gemeinsame Erkenntnis, jetzt geht es so zum Wohle des Vereins nicht mehr weiter. Genau, und das finde ich relativ selten. So, glaube ich, hat das Dirk Zwingler nicht gesagt. Der hat gesagt, er hätte weitergemacht, wenn Urs Fischer nicht gesagt hätte, der Zeitpunkt ist gekommen. So habe ich das verstanden. Ja, und trotzdem war es ja auch kein ganz klassischer Rücktritt. Aber gut, vielleicht sind wir auch in den Feinheiten. Das sind genau diese Feinheiten. Dirk Zwingler hat ganz klar gesagt, sie haben ein Gespräch geführt und ganz klar hat Urs Fischer gesagt, der Zeitpunkt ist gekommen, so in diese Richtung. So, und dann hat er die Entscheidung getroffen, ihn zu entlassen. Ja, das ist ein bisschen hin und her gemauschelt, aber am Ende kann man es Rücktritt nennen. Man kann sagen, er wurde... Also jetzt ist er eigentlich kein Trainer mehr. Das ist richtig. Also das Ergebnis ist, kein Trainer mehr. Genau. Urs Fischer ist nicht mehr der Trainer und das Ergebnis ist auch... Es wusste vorher keiner, ja, kein irgendeiner, der aus irgendeiner Region irgendwo was durchgesteckt bekommen hat, aus irgendeiner Presselandschaft, aus irgendeinem Internetforum, das wusste vorher keiner. Also viel interessanter war doch der gleich erste Satz, glaube ich, war das in der Pressekonferenz von Dirk Zwingler. Ja. Das war doch der interessante Satz, in dem er gesagt hat, die Trennung stand vorher schon fest. Richtig. Das war ja das Interessante, das haben wir ja bis heute nicht rausgefunden. Oder hat keiner... Das gemeint war. Naja, wie es gemeint war, hat ja jeder mitgekriegt. Das Entscheidende war nur, zu welchem Zeitpunkt stand, war das im Winter oder im Sommer? Ja, wenn es noch später gewesen wäre, gut, dann muss das ja nicht sagen, dass... Es ist ganz viel Spielraum offen, dieser Satz, aber... Genau, ob sie sich schon geeinigt hatten, dass... Aber wie der da in dem Moment gemeint war, ist ja nochmal dahingestellt. Ja, ich glaube, dass da zwei erwachsene Menschen zusammengesessen haben und der eine gesagt hat, boah, ich kriege das nicht mehr geregelt. So glaube ich das. In welchem Wording das dann stattgefunden hat, ist nochmal eine andere Seite. Aber schlussendlich wird der Cheftrainer gesagt haben, du, pass auf, ich kriege das nicht mehr geregelt hier. Wir müssen hier eine Lösung finden. Komm, lass uns das beenden. Hundertprozentig. Weil Irgendeiner fängt ja den Satz an. Ja, ich sage nicht, weil du zur gleichen Zeit, du, wir beenden es. Ich habe es doch gesagt, alle Karten waren gespielt. Also Urs Fischer hatte alle Karten gespielt, es war nichts mehr da. Und dann ist natürlich klar... Ja, aber wir saßen ja vor vier Wochen auch schon, wo wir gesagt haben, eigentlich bei dem, was wir gerade sehen, und irgendwann muss der Zeitpunkt mal kommen, wo dann auch ein Trainer sagen sollte, ist gut jetzt. Und so ist es dann auch gekommen. Ja. Sehr interessant ist ja auch, was Urs Fischer danach gesagt hat. Also ich bleibe dabei, dass es schon alles ein bisschen besonders und irgendwie auch sehr schön war. Auch dass es danach noch eine Verabschiedung im Verein, ein gemeinsames Frühstück, dass die Mitarbeiter eine Chance hatten, ihrem Urs nochmal richtig Tschüss zu sagen. Und er hat sich auch geäußert. Und zwar wie folgt. Wahnsinn, was wir hier erleben durften. Für das bin ich dankbar. Das wird ein Teil meines Lebens sein, ein Teil meiner Geschichte sein. Am Schluss ist eine Entscheidung da. Ich glaube, die muss man dann auch akzeptieren. Für mich fühlt sie nach wie vor richtig an. Und vor allem, ja, jetzt durchbrech diese negative Spirale. Ich werde sicher, wenn Union gegen Augsburg spielt, vor dem Fernseher sitzen und die Daumen drücken. Vielen Dank für das Ansprechen diverser Themen für uns, lieber Urs Fischer. Also durchbrech die negative Spirale. Aber diesen Satz könnte ich es ja auch schon wieder interpretieren, wenn Entscheidungen getroffen sind. Er meint sein eigener. Aha, meint er. Das hast du jetzt interpretiert, dass er seine eigene Entscheidung meint. Es gab ja auch schon Rücktritte, die abgelehnt wurden. Musst du auch sagen. Es gab auch schon Leute, die gesagt haben, ich möchte nicht weitermachen. Und dann kommen irgendwelche Verwandten oder andere Präsidenten und sagen, akzeptiere ich nicht. Es ist in den Aus so viel Interpretationsreichtum möglich. Alles gut, war eine tolle Geschichte. Ich fand es total sauber, total angenehm, dass so ein Frühstück da noch stattfinden kann. Ist ja heutzutage wirklich nicht mehr üblich. Normalerweise Tasche packen, wiedersehen. Tasche packen, abfahren im Halbdunkel und so. Ja, und daher, alles gut, toll, toll gemacht. Und jetzt geht es halt weiter, fertig. Genau, jetzt geht es also weiter. Also ich glaube, die Lobpreisungen auf Urs Fischer haben wir auch hier im RBB-Programm in den letzten Tagen ausführlich und aus vollem Herzen zu Protokoll gegeben. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Und der große Chef, Zingler, hat sich zu dem, was jetzt personell ansteht, auch geäußert. Und zwar wie folgt. Wir werden uns zwar Zeit nehmen. Wir haben ja ein bisschen Erfahrungen, wie das so ist nach einer langen Trainerphase. Und versuchen relativ schnell wieder in Stabilität zu kommen. Aber dazu ist eben ein sorgfältiger Prozess notwendig, ohne Zeitdruck. Ohne Zeitdruck ist ja mal eine mutige Aussage aus meiner Sicht. Und Axel, als wir hier am Mittwoch zusammensaßen und die Pressekonferenz gemeinsam geguckt haben, da hast du am Ende noch ganz kurz, bevor unsere Sendezeit vorbei war, sagen können, dass das das ist, was dich am meisten wundert, wenn denn Union tatsächlich, so wie Zingler es dargestellt hat, nicht parallel nach Optionen gesucht hat, die außerhalb des Interimsbereiches liegen. Klingt aber so, als wäre das wirklich so gewesen. Und jetzt sagen Sie, Sie suchen einen neuen Trainer ohne Zeitdruck. Da fällt es mir schon schwerer, das so direkt den Verantwortlichen abzunehmen. Nochmal, vielleicht hat Dirk Zingler am Ende, ist ja übrigens auch nicht seine Aufgabe, da einen Trainer zu suchen und abzuklopfen, Verfügbarkeiten. Das Ganze, das ist die Aufgabe von Runert und nicht von Dirk Zingler. Würde der auch gar nicht anders darstellen. Wenn Dirk Zingler es nicht gemacht hat, ist das das eine. Wenn Runert es nicht gemacht hat, ist das aus meiner Sicht ein Entlassungsgrund, tut mir leid. Also du musst als Manager, musst du deine Optionen prüfen. Und du siehst ja übrigens, die haben jetzt nicht einmal verloren. Und der Trainer hat jetzt nicht irgendwie ein familiäres Problem. Die haben insgesamt 14 Mal nicht gewonnen. Und ich glaube schon, dass du als Manager, also wir haben doch hier einen Manager zu sitzen. Also Entschuldigung. Du bist ja auch einer. Ja, hört sich das auch so. Nee, nee, aber wir haben einen... Kein Manager, das ist zwei Jahre her. Also ja, trotzdem, mich interessiert übrigens mal eins. Du hast gerade gesagt, drei, vier Trainer-Entlassungen. Wie waren die Trainer-Entlassungen? Hast du die alleine gemacht oder hat die Zingler gemacht? Oder hat Zingler gesagt, such mal einen neuen Trainer? Das hat ja heute zwei... Das hat keinen Kaffee. Das hat keinen Kaffee. Wieso? Das interessiert mich. Den Kaffee gab es nicht. Erzähl es mir, interessiert mich. Nicht zu viel übereinander reden, ne? Ihr denkt, sonst gibt es was. Ich glaube, dass das, was gesagt wird, und das ist jetzt bei Union jetzt auch nicht so unüblich, da nicht das wirklich ist, was auch gemacht wird. Also da muss man schon mal ein bisschen differenzieren. So viele Informationen, wie wir jetzt bekommen haben, auch in der Pressekonferenz vom Präsidenten, kriegst du ja sonst nie. Und ich bin mir ziemlich sicher, zu tausend Prozent sicher, dass dieses Team, Dirk Zingler, Runert und mit Sicherheit der eine oder andere, der auch dazugehört und immer in beratender Funktion, Oscar, hundertprozentig, der seinen Blick mit einbringen wird, dass sie mit Sicherheit darüber diskutiert haben, wer ist denn jetzt hier auf dem Markt verfügbar und mit was müssen wir uns beschäftigen? Weil der Präsident hat gesagt, man hat Erfahrungen mit dem Thema, wenn ein Trainer, der lange da war, geht. Und das war Uwe Neuhaus ist gegangen und danach waren ein paar Fehlschüsse dabei. Tüvel zum Beispiel, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil man halt wahrscheinlich nicht ganz genau geguckt hat, was diese Mannschaft, dieses Profil der Mannschaft eigentlich benötigt. Erschwerend ist hier, denke ich, dass man fünfeinhalb Jahre auch aus Fischer hatte und der Vergleich relativ schnell nochmal da ist. Es war sicherlich eine emotionale Geschichte, die dann stattfindet, aber die ist da, die darf man nicht unterschätzen. Und der Schuss, den man jetzt loslässt, der sollte schon sitzen, um dann wieder auch in ruhiges Fahrwasser zu kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Oliver Runert und auch die Leute drumherum sich mit diesem Thema nicht seit letzten Mittwoch erst beschäftigen oder Montag, sondern schon viel, viel, viel länger. Aber ich glaube, es gehört sich einfach, da jetzt nicht anfangen, dass man damit nicht beginnt zu kommunizieren, mitzuteilen, zu erörtern, welche Wege man schon gegangen ist, weil man es einfach nicht macht. Aber ich gehe davon fest aus, dass das gemacht wurde und du musst das auch im Blick haben. Das ist fahrlässig, wenn du es nicht tust. Demzufolge hat das auch stattgefunden. Ihr müsst mich ja nicht überzeugen. Ich gebe ja nur wieder, was Dirk Zingler bei der Pressekonferenz sehr deutlich unterstrichen hat. Ja, ist ja auch alles in Ordnung. Das passt ja auch so, aber es ist immer so, wenn du so eine Serie hinlegst, was wäre dann, wenn? Und in dem Moment bist du ja schon woanders unterwegs, was ja auch nicht schlimm ist. Nein, das sagt ja auch gar keiner, dass das irgendwie schlimm ist. Klar, da wurde viel über Respekt geredet, aber... Das wird eine Entscheidung jetzt geben. Die muss halt sitzen. Und die Frage ist, wie sucht man es aus? Man muss genau gucken, was kann die Mannschaft, was braucht die Mannschaft an Ansprache. Ist ja immer viel durchgetauscht worden, hat ja auch viele neue Spieler im Sommer bekommen. Aber ich glaube, eine große, starke Persönlichkeit, die gut Vorgaben geben kann und kontrollieren kann, ähnlich wie Urs Fischer, wäre schon notwendig. Das wollte ich nämlich fragen. Das ist ja für uns eine Kernfrage. Welches Profil muss denn der neue Union-Trainer erfüllen? Und ich glaube, wir sind uns einig, dass diese durchaus nicht uninteressante Kombination, die Interimslösung Marco Grote und Marie-Luise Eta eine Interimslösung ist. Vielleicht da vielleicht ganz kurz der Ablauf. Also heute wird Unterleitung der beiden trainiert. Gibt es auch nachher Bilder. Gehen wir auch mit einer RBB-Kamera hin. Dann machen die am Donnerstag die Spieltagspressekonferenz. Da wird dann Grote sprechen. Die Frau Eta, die natürlich aus verschiedenen Gründen für uns alle sehr interessant ist, wird erst mal keine weiteren Interviews geben. Allerdings hat sie früher durchaus gesprochen, als sie zum Beispiel in Bremen unterwegs war. Ist ja auch eine ehemalige Turbine-Potsdam-Spielerin. Und so, aber dieses Konstrukt, darauf wollte ich hinaus, das ist ja ein Interimskonstrukt. Und dann kommt ein neuer Cheftrainer. Was ist das Wichtigste, was dieser Trainer mitbringen muss für den 1. FC Union in dieser sportlich maximal gefährlichen Situation? Also erst mal sehe ich das so, heute ist Montag. Das Spiel gegen Augsburg ist... Samstag 15.30 Uhr, Aufmacher in der Bundesliga-Konferenz. Ich hätte jetzt, wenn ich was zu sagen hätte, für mein Verständnis, muss da spätestens morgen jemand stehen, der das dann auch übernimmt. Da müssen wir gleich wieder eine neue Folge machen. Nee, mach mal lieber nicht. Naja, ich überlege mir jetzt mal. Wir haben, Herrn Grote kenne ich nicht, A-Jugendtrainer hat mal irgendwann ein bisschen bei Osnabrück 20 Spiele rumgefuhrwerkt. Das ist eigentlich negativ, der hat dich trainiert. Also es geht nicht um negativ, wir reden hier... Rumgefuhrwerkt sind keine wertschätzenden Verben, wenn ich hier gerade mal auf der sprachlichen Ebene unterwegs sein darf. Ja, trotzdem, wir reden hier über einen Verein, der in der Fußball-Bundesliga bleiben möchte, muss, der noch in der Champions League spielt, eventuell noch nächstes Jahr international vielleicht in der Euroleague. Nochmal, du brauchst einen erfahrenen Mann, der weiß, worüber er da redet. Jetzt kommen wir doch ins Profil. Üben ist irgendwie ein anderer Zeitpunkt. Üben solltest du jetzt nicht. Also ein erfahrener Übungsleiter. Üben macht vielleicht wirklich nicht so viel Sinn, aber ich glaube, das wissen auch alle Beteiligten. Gut wäre, wenn das eine ähnliche Arbeitsstruktur wäre wie bei Urs Fischer, weil diese Mannschaft Union Berlin schon danach geprägt ist. Und wenn du jetzt was völlig anderes auf einer Idee, vom Stil, von der Art reinholst, ich weiß nicht, ob du diesen Zug dann da drin behältst, den du zwingend benötigst, weil die Jungs das halt wirklich von der Intensität her und von der Art her gewöhnt sind. Wenn du da zu viel veränderst, könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig wird. Auf der anderen Seite, wenn du einen Trainer bekommst, der wirklich gut vorgeben kann, eine klare Spielphilosophie, Trainingsphilosophie, einen klaren Strukturplan hat für das, was er machen möchte. Gleichzeitig ist die Perspektive für diesen neuen Trainer ja auch ganz entscheidend. Ist das jetzt, um etwas zu retten oder ist das jetzt etwas, um was aufzubauen? Große Fragen, weil heißt das ja nicht, wenn du sagst, du grenzt jetzt los und jeden Trainer kriegst du, den du da gerade siehst. Das muss ja auch zu dem Trainer passen, was der für eine Idee für seine Trainerlaufbahn hat. Das ist nicht leicht, weil da muss man wirklich sehr, sehr gut hinschauen und nah an der Mannschaft dran sein und das gut aufsaugen können, welche Bedingungen auch ein Spieler braucht oder die Mannschaft benötigt, um 100 Prozent, 110 Prozent auch abzurufen. Wir haben es gesehen bei Urs Fischer in zwei Spielen in dieser Saison bisher. Danach wurde es immer schlechter, aber wir haben in Madrid auch ein gutes Spiel gesehen. Wollte ich sagen. Ja, die erste war natürlich auch noch in Ordnung, wo der Ergebnisstau dann eingetreten ist. Da muss man wirklich, es ist nicht leicht, sowas zu verpflichten, aber ein Experiment, hier so ein Jüngling oder ein Grünling, also das würde ich jetzt nicht so empfehlen aus meiner Sicht. Und die Interimslösung finde ich aber spannend, finde ich total mutig, finde ich hat was. Ja, und ich bin echt gespannt, wie das läuft. Würde mir wünschen, dass man auch ein bisschen mehr hört, aber ist klar, dass man das nicht will, weil das lenkt natürlich auch unheimlich ab, aber das ist eine coole Konstellation. Das finde ich auch, aber ich will wieder festhalten, also erfahren muss der Mensch sein, jetzt finde ich das nächste interessant, er darf eigentlich von, ich versuche das mal zusammenzufassen, er darf von der Art und von der Idee nicht zu weit von Urs Fischer weg sein, weil die Mannschaft so geformt ist. Allerdings schon, wenn er... Das ist die Frage. Ja, das ist ein Ereignis. Es ist die Frage, auch was Oliver Ruhner zum Beispiel in dieser Mannschaft sieht. Sieht er die Spielweise Urs Fischer, nämlich wie Union da hingekommen ist, hinten dicht, vorne hilft der liebe Gott und der Papst bleibt weiterhin in der Tasche? Oder sieht er was völlig anderes, indem er sagt, mit den Spielern, die wir jetzt haben, möchte ich eine andere Spielart sehen? Die Frage muss man sich ja mal stellen, deswegen habe ich dich vorhin gefragt, wer entscheidet das eigentlich? Entscheidet das Dirk Zingler oder entscheidet das Runert? Also normalerweise müsstest du ja sagen, Oliver Ruhner ist der sportlich Kompetente und der hat die Mannschaft zusammengestellt, also soll der natürlich auch den Trainer danach so... Und deswegen, mich hat das mal interessiert, wer macht das eigentlich? Also wer das eigentlich macht, immer der Gesamtverein, nie einer alleine, das wird nie Oliver Ruhner den Trainer einstellen. Niemals. Auf gar keinen Fall. Nein, aber wenn Ruhner... Nein, niemals. Das findet auch in einem anderen Fußballverein nicht statt, dass ein Manager nur einen Trainer einstellt. Schwieriger Vormittag heute, kommunikativ in manchen Teilen, weil ich einen Satz formulieren wollte und gleich unterbrochen wurde. Und du durftest nicht? Nein, durfte ich nicht. Bitte schön. Aber es ist für mich eigentlich auch ganz schön, weil das erinnert mich an meinen siebenjährigen Sohn. Also ich versuche es nochmal. Der war nett. Nein, Komma. Sonst geht weiter. Aber wenn Oliver Ruhner von einem Trainer so überzeugt ist, dass er ihn dann diesen Kreis vorstellen kann, dann ist das ja sicherlich für diesen Trainer, sagen wir mal, ein sehr großer Schritt, um den Job beim 1. FC Union zu bekommen. Weil natürlich ist es dann so, wenn Runert dann Zingler überzeugt im Wesentlichen und vielleicht noch zwei, drei Figuren drumherum. Aber Herr Zingler hat in der Pressekonferenz auch auf die ihm eigene Weise ganz wunderbar gucken lassen, dass der Chef bei Union Dirk Zingler heißt und danach kommt erstmal ganz lange nichts. Habe ich ihn selten so klar sagen hören wie da. Finde ich auch gar nicht schlimm. Wir wissen ja, dass das so ist und ich finde es einfach schön, wenn Leute sagen, es ist so. Also, wenn Ruhner einen Trainer findet und den Zingler verkauft, dann wird der Trainer. Genau so läuft das. Und da muss, da findet er eine Runde stand, da wird er präsentiert, da wird sich der Trainer vorstellen, der wird sich bei allem vorstellen mit seinen Stärken und Schwächen und der Präsident wird sich das, so wie er es immer tut, wirklich von A bis Z ganz genau in der Tiefe mit jedem Krümel anschauen und wenn es ihm gefällt und den dahinter, den er am meisten vertraut, dann wird er das tun. Bei Oliver Runert merkt man gerade ein bisschen, den hören wir seit vier Wochen nicht. Er war letzte Woche auch krank. Übrigens bei Dübel weiß ich, mit dem konnte ich mich mal darüber unterhalten, dass das damals richtig, wirklich ein offener Bewerbungsprozess war und Dübel damals, in den Augen der damals Verantwortlichen, tatsächlich, wie wenn wir eine Stelle ausschreiben, ich schreibe gerade in unserer Redaktion eine Einjahres-Schwangerschaftsvertretung aus und auch da werden Bewerbungen gesichtet, da spricht man mit der Personalabteilung und dann macht man Gespräche. Genau, und dabei ist dann Dübel rausgekommen und es ist schiefgegangen. Kann mal passieren. Genau, deswegen ist man danach wieder zum normalen Zugangszustand übergegangen. Genau, aber es war so ein ganz klassischer Prozess. So, aber ich will jetzt nochmal. Das funktioniert nicht ganz so. Naja, dann werden Sie es vielleicht diesmal ein bisschen anders machen, aber ein Punkt war mir vom Zuhören noch so wichtig. Ich hatte den Eindruck, dass ganz viele Leute gesagt haben, die Ansprache soll sich durchaus mal verändern, weil eben die Spieler jetzt fünfeinhalb Jahre Urs Fischer gehört haben. Dazu gehören nicht so viele, die ihn fünfeinhalb Jahre gehört haben. Der Kader hat eine hohe Fluktuation, aber trotzdem. Das heißt, eigentlich brauchen Sie doch jemanden, der Spielphilosophie, müssen wir mal abwarten, aber der so von der Tonalität und vielleicht auch von der Rhetorik doch ein paar andere Knöpfe drückt als Urs Fischer. Das klingt ja für mich dann doch ein bisschen mehr dieses Jung, begeisternd. Ich habe gerade, nee, der spielt ja keine Rolle. Da kannst du auch dich hinstellen. Entscheidend ist, du hast deine Karten gespielt, du hast es angehört. Ja. Und jetzt brauchst du einfach ein neues Gesicht, der dir versucht zumindest ein neues Selbstvertrauen einzuimpfen, der es ein bisschen anders sagt, obwohl dasselbe meint. Der einfach nur das andere sagt, das kannst auch du machen. Das Entscheidende ist einfach, dass du es als Spieler glaubst. Ich kann es nicht machen. Du weißt, worauf ich genau spiele. Du weißt, die Netzlohung. Das Entscheidende ist einfach, Urs Fischer, er ist fünf Jahre da, denn das Problem sind diese 14 nicht gewonnenen, beziehungsweise 13 Niederlande, das ist das Problem. Da kann dir einer erzählen, was er will. Da kann auch Jose Mourinho stehen oder Guardiola, wer auch immer. Du glaubst ihm nicht mehr, weil du hast nämlich 14 Mal verloren. Aber trotzdem ist es doch so, dass ich mir vorstelle, auch beim Gucken nach dem Trainer, da ich sage, ja, ein anderer, sagen wir mal seriöser Endfünfziger wäre jetzt vielleicht nicht zwingend. Ja, wenn der ein super Trainer ist, aber wir reden ja gerade in Profilen, meine erste Wahl. Das ist eine Altersdiskriminierung, Wahnsinn. Es ist nicht unfassbar, wenn du Ende 50 bist. Es soll doch sich ein bisschen von Fischer in der Art, wie er vielleicht Zugang zur Mannschaft hat, nicht auf der fachlichen, sondern auf der emotional-rhetorischen Ebene, das soll sich doch ein bisschen unterscheiden. Oder ist es völlig egal? Es wurde immer wieder... Na, das ist ja ein Dialektthema auch beim Oßfischer und ein A-Thema, wie er ist gewesen. Also du wirst eine neue ja kriegen. Die wird ja nicht gleich sein, geht ja nicht. Also wirst du eine neue kriegen, die wird anders sein. Die wird natürlich vom Wording anders sein. Die Frage ist dann schlussendlich, aber was viel wichtiger ist, wie will derjenige Fußball spielen mit dem Material, was er zur Verfügung hat? Und das muss wirklich ganz, ganz sauber eingeschätzt werden und richtig eingeschätzt werden, weil es nämlich falsch eingeschätzt wird. Dann geht das nämlich nach hinten los, weil wir sind uns alle darüber einig, dass das, was an Systematik gespielt wurde, ja im Grunde richtig gut war. Aber das war ja vom System her, wie man Fußball spielen kann mit einer Mannschaft, die so zusammengestellt ist, das war ja top, bis jetzt diese Ergebniskrise eingetreten ist, wo man stückweit auch ein bisschen zu viel wollte, meiner Meinung nach, und mit viel Personal auch ein bisschen Unruhe erzeugt hat. Und da muss man jetzt wieder wirklich ganz, ganz saubere Ruhe reinkriegen, auch gerade Ruhe. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht so gut, wenn man zu lange an der Interimslösung festhält. Thema Zeitdruck oder nicht? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man schnellstens einen geeigneten findet. Naja, Augsburg ist ja ein Spiel, das kannst du ja ziehen, das ist ein wichtiges Spiel, das ist auch ein guter Einstieg für einen neuen Trainer. Ja, so danach kommt Bayern München. Kommt erst noch das Auswärtsspiel in Braga. Das kommt noch mit dazu. Ja, was ja auch auf mehreren Ebenen wichtig ist. Ich will nur noch mal auf den Punkt hinaus, aufs Wording. Wir beide stehen vor einer Fußballmannschaft. Wir sagen, erst du, dann ich. Wir sagen exakt genau dasselbe. Was will der denn? Die hören darauf, was ich sage, weil sie natürlich wissen, er ist kein Fußballer, hat es noch nicht nachgewiesen, was ich, worauf ich hinaus will, ist nicht böse. Das ist einfach so und deswegen sage ich ja, es spielt keine Rolle, du brauchst ein neues Gesicht. Urs Fischer, die Karten waren gespielt, es ist vorbei und es hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und wenn du jetzt einen neuen da hinstellst und wieder einen, oder ich sage mal so, Grote, nochmal, ich kenne den gar nicht. Ich weiß nicht, ob du einen U19-Trainer, der muss schon von Anfang an das perfekt machen. Weil wenn das zweimal nicht funktioniert, dann sagen die schon, na gut, was will er hier, der war in Osnabrück. Das ist mein Problem an der ganzen Geschichte mit dieser Interimslösung. Du hast jetzt, finde ich, eigentlich eine gute Chance, die Länderspielpause ist ja eine gute Gelegenheit. Und dann solltest du zumindest dem neuen Trainer eine ganze Woche geben zum Trainieren, seine Philosophie da. Und deswegen kann ich... Das ist das, was schade ist, dass du das halt als neuer Trainer halt nicht nutzen kannst, weil du dann wieder nur spielst. Und die spielen die ganze Zeit, in der Tat. Und die spielen dann durch bis zum Jahresende im Grunde. Bis zum 20. Dezember, wo es übrigens ein Spiel gibt, Freundinnen und Freunde, da spielt der 1. FC Union am Mittwochabend, 20. Dezember um 18.30 Uhr gegen den 1. FC Köln. Das ist der andere Verein, der im Moment sechs Punkte hat. Ja, und das ist so, also du hast für einen neuen Trainer, ist das echt komplex, wenn der jetzt kommt, diese Mannschaft kennenzulernen, wie die funktionieren, diese Kleinigkeiten zu verstehen, diesen Rhythmus zu haben. Auch wenn die sagen, ja, wir sind viel zusammen, wenn wir auf Reisen sind. Aber schlussendlich ist Training, Training, Training und Spiele, gute Spiele am Wochenende halt das Entscheidende. Aber deswegen sage ich so. Aber da kannst du keinen Grünling nehmen. Deswegen sage ich so. Also du kannst mich schwer vorstellen. Also ich finde, es ist schon nicht zu spät, sondern es ist schon, wir haben ja drei Tage frei gehabt auch, ist auch völlig okay, dass sie mal ein bisschen runterkommen, weil sie ja viel gespielt haben. Aber spätestens morgen, aus meiner Sicht, müsste da ein neuer Mann sitzen, ein erfahrener Mann. Ich weiß nicht, was sich da auch heutzutage so geändert hat, also drei Tage frei, weiß ich nicht. Also für mich waren die immer semi. Wir schaffen es fünf, also diesmal nicht. Ja, drei Tage frei ist echt semi. Nein, aber darum geht es ja, da muss keiner da sein. Aber du hast jetzt von Mittwoch war die Entlassung, bis heute hast du genügend Zeit. Da sind ja nicht so, fährst du jetzt irgendwie nicht nach Timbuktu, um da mit dem Trainer zu quatschen. Also da kannst du das ja mal ordnen. Und ich finde eben, wie du gerade gesagt hast, da ist ja Spiele, Spiele, Spiele. Da hast du ja gar keine Möglichkeit, als neuer Trainer irgendwas zu implementieren. Aber innerhalb von einer Woche kannst du zumindestens… Hast du deine sechs, sieben Einheiten gemacht und weißt halt schon ein bisschen mehr als ohne sechs, sieben Einheiten. Na, du hast ein Bild auch. Du hast ja nicht nur ein Bild von den Spielen, die du dir dann als neuer Trainer anguckst, sondern du hast ein Bild von dem Training. Auch von den Persönlichkeiten. Weil du brauchst ja auch so ein bisschen Ansprache. Wie sagt der, guten Tag, wie ist der? Das riechst du ja im Spiel nicht. Genau. Das sind halt so Themen… Ja, bei manchen Spielern riechst du übrigens die Angst, wenn du die siehst. Darauf gehe ich in dem Moment, glaube ich, lieber nicht eng ein. Lass uns noch mal ganz kurz auf zwei, drei Namen gucken. Gibt es irgendjemand, bei dem ihr seid ja unglaublich vernetzt? Schöner Satz, ja. Ich bin wirklich nicht kleiner als du. Ja, genau. Jetzt hast du schon gesagt, du bist kein Manager. Warum sitzt der Mann hier überhaupt? Was will der hier? So, genau. Was machen Sie beruflich? Nein. Also, gibt es jemanden von den Namen, die entweder gehandelt werden, wobei so frontal werden heute gar keine Namen gehandelt, oder von denen, die ihr sonst so auf dem Radar habt, wo ihr sagt, das klingt für mich ganz gut? Einer von euch beiden hat am Mittwoch sich ein bisschen positiv über den Gedanken Svensson geäußert. Ich weiß nicht mehr wer, ich kann euch so schlecht auseinanderhalten. Also, wir haben ja vorhin gesagt, wer hat es denn nachgewiesen? Ja. Wer kann es dann? Bo Svensson ist einer. Bruno Labbadia ist einer. Dann kommt Glasner, ist einer. So, aber die fallen uns jetzt ad hoc ein. Und? Aber wir haben uns damit ja nicht beschäftigt. Doch, natürlich stundenlang vor der Aufnahme dieses Podcasts. Die drei fallen mir ad hoc ein. Dann hast du vielleicht noch zwei, drei andere. Dann wirst du eine Liste haben von sechs. Und ist bei den Gehandelten jetzt, dann gehen wir mal die drei Namen durch. Ich weiß, dass du sagst, Bruno Labbadia wäre ein sehr geeigneter Mann für die Aufgabe. Ich sage, das ist keine Option, weil der Hertha-Trainer war. Und deswegen müssen wir ihn nicht diskutieren, meine ich. Es ist keine Bewertung der Arbeit von Bruno, sondern es ist ein Fakt. Kannst du nicht machen, meine Meinung. Oder werden sie nicht machen? Christian? Glaube ich auch nicht. Danke. Werden sie nicht machen, genau. Werden sie nicht machen. Aus welchen Gründen auch immer. Nur erstens, ich habe Brunos Arbeit nur wirklich oft gesehen. Und zum Zweiten, also ich finde Bruno, Bruno einer, also ich bin jetzt nicht der Anwalt von Bruno, aber Bruno ist einer, der gerade in der Öffentlichkeit so oft auch schlecht rüberkommt. Ich meine, der hat nur wirklich bewiesen in 20 Jahren, dass der genau sowas kann. Also der hat ja uns, wir standen ja auch mit dem Rücken zur Wand. Wann war das? Ich glaube, das geht gar nicht um das. Überragender Trainer. Und wie gesagt, die Leistung, muss man gucken, die Fakten am Ende. Also uns hat er mal locker, das waren noch Zeiten, da haben wir das Derby 4-0 gewonnen, in Corona-Zeiten großartig gemacht. Den VfB Stuttgart vom letzten Platz da nach oben geführt. Also überragende Jobs beim HSV gemacht, nur das mal am Rande. Genau. Aber danach musst du ja gucken, ob einer es schon mal nachgewiesen hat kann. Bruce Wenson hat mit Mainz auch überragend das Ganze gemacht. Hat die auch, kennt auch Abschießkampf. Brauchst du jetzt, vielleicht ist es nicht ganz unwichtig, dass du weißt, wie das da hinten funktioniert. Und Oliver Glasner sowieso. Also von daher, ich habe jetzt mal... Ich höre Fänze beide gut. Alle drei würde ich gut finden. Ja, genau. Du fändest sogar alle drei gut. Christian, wenn du dir von denen einen backen könntest. Ja, ich glaube, Bruce Wenson ist ähnlich von der Intensität her, wie es Urs Fischer gemacht hat. Das würde, glaube ich, sehr, sehr gut passen. Oliver Glasner ähnlich. Labbadia, Axel hat alles aufgezählt, was er geliefert und geleistet hat. Da kannst du dir ziemlich sicher sein, dass er mit der Situation super umgehen wird. Und mit der Mannschaft auch eine Intensität an Tag legen wird, dass das wieder in die richtige Spur kommt. Aber da hast du halt ein bisschen Randprogramm dabei mit Hertha und Co. Ich glaube nicht, dass das stattfindet, aber so eine Kategorie, in der wir uns hier gerade bewegen, mit der wir, über die wir reden, sollte es schon sein. Und ist auch möglich. Und der Verein, und ich kenne Dirk Zingner, glaube ich, ganz gut, der akzeptiert das nicht, dass er jetzt Letzter ist. Der will auch nicht Letzter sein. Der will woanders hin. Und danach wird er sicherlich verpflichten. Und er hat ja auch in der Runde nochmal gesagt, seien Sie sich sicher, dass wir im Winter was tun werden. Ja, also der Kader... Und das hat er ganz genau auf dem Schirm. Weil sein Lieblingshobby ist Fußball, sein Lieblingshobby ist der Verein, sein Lieblingshobby ist alles, was da drumherum passiert, jeden Tag. Und das wird nicht unter der unterste Kategorie sein, bin ich mir ziemlich sicher, sondern das wird das sein, dass er da wieder hinkommt ins Mittelfeld. Und da, wo die internationalen Plätze sind, das ist das Ziel. Und da bin ich mir eingestellt. Das ist übrigens das nächste Thema. Ich glaube, Tusche hat es öffentlich irgendwo gesagt, zu sagen im Winter, wenn du jetzt gegen Braga nicht gewinnst, bist du international ausgeschieden, bist du weder im internationalen Geschäft noch im DFB-Pokal. Du kannst dich einzig und allein auf die Fußball-Bundesliga konzentrieren, hast aber einen riesen Kader. Also solltest du versuchen, im Winter den Kader so zu reduzieren, dass du da mit 22, 23 Leuten in die Rückrunde gehst, also eng zusammenrücken das Ganze, und dass du da nicht 30 Leute hast, die da rumhampeln, weil das macht... Das ist ja dann immer die Herausforderung. Genau, das ist eine riesen Herausforderung, aber das macht schlechte Laune. Ja. Wenn du da so viele Leute hast, da kannst du eben nicht durchwechseln, rotieren, das Ganze vergessen. Das ist immer ein Problem, wenn du so viele Leute hast, dann die Spieleintensität nicht mehr besitzt, ja, zu wenig Spieler hast, 30 Spieler am Kader, die 30 Spieler untereinander haben sich alle verbrüdert, da ist der Stammspieler mit dem Platz 28 zusammen, auf einmal muss Platz 28 gehen, der Stammspieler sagt, wieso geht denn jetzt, das ist doch eigentlich mein Kumpel. Also du hast da größere Themen, die immer auftreten, die sind immer vorhanden, das ist immer das Risiko, wenn du dann halt deine Ziele nicht schaffst. Und daher ist ein gutes Händchen gefragt, ja, und dann wen gibst du auch weg, ja, da muss auch der neue Trainer dann eine gute Analyse fahren, wen kann ich denn überhaupt noch gebrauchen, wenn du nur spielst und nie trainierst, wen kannst du davon jetzt wirklich gebrauchen, dann verletzt sich jemand, dann verletzt sich jemand nicht, dann ist Knochen fit oder ist er nicht mehr fit oder... Du hast gerade Position... Tausend Sachen kommen dann zusammen, also das ist schon eine Mammutaufgabe gerade. Position 28 ist dann auch noch eine Pestbeule, weil er nicht spielt und die Leute... Position 8 hört aber zu, was Position 28 sagt, das ist natürlich da ein Riesenproblem, da musst du ganz genau hingucken. Es gibt ja so Spieler, die sind eigentlich in Ordnung, alles aber, die müssen immer spielen. Wenn die nicht spielen, werden die zickig. Da musst du eben auch genau hingucken, wie du sagst, das ist die Aufgabe dann am Ende natürlich vom Trainer und von Ronald. Das Team dahinter, was dann da dran ist, die Scouts musst du nochmal reinholen, wie die Spieler verpflichtet wurden, in welchen Situationen sie wie Leistung abgerufen haben, wenn 4-0 gewonnen, 4-0 verloren. Da muss ganz viel Information auf den Tisch, um zu verstehen, was ist es dann jetzt hier wirklich, weil du willst da unten nicht bleiben, du musst nach oben. Und was die Mannschaft angeht, hat das vielleicht Klaus aus Brieselang in einer Mail an Hauptstadtderby at rbb-online.de ganz gut formuliert, die Mannschaft braucht einen psychischen Beistand, der ihr die Siegermentalität zurückbringt. Das ist, glaube ich, schwer von der Hand zu weisen, lieber Klaus. Das, was wir die ganze Zeit sagen, du brauchst eine neue Ansprache, dass du wieder einen da hast, dem du glaubst. Und du glaubst natürlich dem in dem Moment, wo der was gewinnt, sonst ist es natürlich ganz schwer. Das wissen wir auch, wenn der Trainer in der Halseite... Bei so einer Trainer ist ja nicht das erste Mal, dass es vielleicht sogar zwei Traineranlassungen gibt in einer Saison. Du hast jetzt, sagen wir mal, drei, vier Spiele, vielleicht auch fünf, die du wirklich... Da brauchst du Ergebnisse. Und wenn das nicht funktioniert, geht das Theater genauso wieder los wie mit Urs Fischer. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben mal, ich glaube, wie hieß er nochmal, den wir mal geholt haben, Michael Skibbe. Ja, natürlich. Michael Skibbe. Wir haben in den Spielen bis auf ein einziges Spiel... Den holt man ja auch nicht. Pass auf, das waren die besten Spiele, die wir in der Saison gemacht haben. Bis auf eins waren das richtig gute Spiele. Im Pokal, weiß ich noch, unglücklich, rote Karte. Ja, pass auf. Und dann, du hast nicht gewonnen, du hast verloren und dann ist es weg. Dann ist es wieder weg. Dann ist dieser ganze Trainerwechsel verpufft. Und dann geht das Thema wieder. Und das hat Union ja jetzt auch. Du hast die Spiele... Du verbrennst das Interims-Duo. Gut, bei Union kommt es am Ende. Aber schlussendlich ist es auch ein Stück weit, was wir ein bisschen vergessen gerade, die Mannschaft muss das natürlich auch mal für sich selbst klären. Ja. Ich weiß nicht, wie die da mit Mannschaftsabenden funktionieren, mit Gemeinsamkeiten funktionieren, um das selbst auch für sich mal zu regeln, was sie da abgeliefert haben. Weil da einen neuen Trainer hinzustellen und der zaubert dann da vorne rum, findet nicht statt. Ja, du musst an diese Mannschaft ran, an diese Struktur der Mannschaft, an diesen Mannschaftsrat, wie der den Laden führt, wie der den Laden im Griff hat und wie die Jungs wirklich 100% mitmachen. Und seien wir mal ganz ehrlich, durch die ganzen Neuerungen, die reinkamen und dass sie nicht gegriffen haben, ist da mit Sicherheit auch was gebröckelt. Also 100%. Das hört man ja an den Ecken, ist die Frage immer, stimmt das, stimmt das nicht? Aber wenn du sowas hörst, irgendwas ist ja immer dran, dann hörst du es von zu vielen. Wenn du es vom einen hörst, sagst du alles klar. Aber wenn du es von 20 hörst, sagst du, hm, irgendwo ist ja dann doch was. Und ich glaube, da muss auch Ordnung geschaffen werden oder, ich will jetzt nicht aufräumen angesagt, sondern die Mannschaft muss sich einfach zusammentun und da auch für sich als Truppe eine Lösung finden. Und das geht halt nur über Abende, die du mal auch zusammen erlebst. Ich glaube, die hatten gar keine Chance, so richtig zusammenzuwachsen, weil viele neue Spieler dazwirkungen sind. Die drei Topstars kamen dann kurz vor dem Torgeschuss. Und dann war Spiele, Spiele, Spiele nicht gewonnen. Und dann kriegst die Integration noch nicht. Genau, genau so ist es. Viel zu tun. Ich glaube, am Ende wird das ganz maßgeblich darauf ankommen, die letzten beiden Spiele vor der Winterpause, die sind halt sozusagen so ein bisschen Make-or-Break, vielleicht auch dann schon für den nächsten Trainer, weil dann spielst du gegen Bochum und dann spielst du gegen Köln. Guck mal, was wir hier diskutieren. Wir sind ja zwar sicher nicht in meinem Geschäft drin, aber jeder hat seine Erfahrung, wie es eine Fußballmannschaft betrifft. Ja, Axel war auch Trainer. Axel hat in der Fußballmannschaft gespielt, ich war Manager, ich habe in der Fußballmannschaft gespielt, in den unterschiedlichen Varianten, in den Fußballmannschaften. Und da merkst du ja schon, was wir diskutieren und beachten würden, wenn wir jetzt einen Trainer verpflichten würden in der Konstellation, die Union Berlin hat, wie komplex das Thema ist. und du hättest und musst dich vorher schon damit beschäftigt haben, weil du kannst nicht begonnen haben, an dem Montag, als nach dem Zwei-Minuten-Gespräch war, ach, der Ost will jetzt doch nicht mehr oder wie auch immer es gewesen ist. Du musst dich damit vorher beschäftigt haben, weil es halt komplex ist. Und alles andere, habe ich ja vorhin gesagt, wäre fahrlässig, das so zu machen. Also bleibe ich dabei. Aber schauen wir mal. Ja, nochmal, weil du gesagt hast, die Interimslösung und du sagst, die letzten beiden Spiele, nee, nee, wir haben jetzt, wie gesagt, das sind jetzt drei, ich sage das nur in die Bundesliga. Du spielst jetzt gegen Augsburg, dann spielst du gegen Bayern München und dann zu Hause gegen Gladbach. Das sind zwei Heimspiele. Gladbach normalerweise im Kunde-Lieferant. Die waren jetzt wieder gut. Und du sagst, dann verbrennt man halt erst mal die Interimslösung. Also ich finde, man kann sich gar nicht leisten, irgendwas zu verbrennen. Man muss, der Schuss muss sitzen. Der Schuss jetzt muss sitzen. Muss. Dann wird es eng. Da ist, wie ich so schön sage, Üben ist da nicht angesagt. Wir kommen ja fast zu der Situation, dass man, wenn man länger darüber nachdenkt, sagt, Mensch, hoffentlich war es nicht zu spät. Ja gut, das wirst du natürlich, wenn es alles nicht funktioniert. Wenn man sich diesen Spielplan anschaut, die Möglichkeiten, die in diesem Spielplan drin stecken, weil das musst du ja im Blick haben, falls was schief geht, musst du ja den Zeitpunkt gut wählen. Wir merken jetzt, dass der Zeitpunkt für eine Neueinstellung nach unserer Diskussion ein Stück weit, eigentlich müsste das jetzt kommen, weil du hast nicht mehr viel Zeit und die Winterpause gibt auch nicht so viel Trainingszeit. Das stimmt alles, aber wir müssen auch sagen, geht es wieder los. Wir müssen auch sagen, dass wir in der Folge letzten Montag, also sozusagen Stunden bevor es das entscheidende Gespräch zwischen Urs Fischer und Dirk Zingler gab, haben wir gesagt, wir würden Urs Fischer, also sozusagen, der Hauptstadt der Biconsens noch ein Spiel geben, das gegen Augsburg. Unstrittig. So ist es immer nur wichtig, es gibt da ja nicht das ganz klassische richtig oder falsch. Ich würde gerne noch, bevor wir noch einen ganz kurzen Schlenker nach Charlottenburg machen, einmal kurz jetzt konkret auf die Aufgabe am Samstag gucken. Du spielst mit wem auch immer an der Seitenlinie, ich gehe davon aus mit Grote Eta, gegen den FC Augsburg, der einen erfolgreichen Trainerwechsel hinter sich gebracht hat, der relativ stabil ist und wo trotzdem ja auch so, auch wir in unserer Unterhaltung einen Ansatz fahren, der sehr stark in Richtung auf, die kannst du schlagen, die musst du schlagen, so ein bisschen, das werden sie schon irgendwie schaffen. Das ist aber gefährlich. Genau, deswegen spreche ich es an. Das ist total gefährlich. Deswegen will ich drüber sprechen, was müssen sie außerhalb von nicht Arsch wackeln, kratzen, beißen und so weiter. Was ist die Hauptaufgabe bei dem Spiel gegen den FC Augsburg? Die Null muss stehen. Erstmal muss die Null stehen. So, du gehst ja ins Spiel, ganz... Was macht eigentlich Huub Stevens? Ja, aber nochmal, du gehst ja ins Spiel und sagst, okay, die sind schlagbar. Das ist eine Mannschaft, die müssen wir auch schlagen. Da gehst du nicht mit Selbstvertrauen, aber zumindest gehst du rein mit positiven Gedanken. Augsburg wird ja eins machen, wenn ich Trainer von Augsburg wäre, sagen, komm, lass die... Also jeder Fehlpass von denen bringt die wieder zum Nachdenken. Jedes Gegentor bringt die wieder zum Nachdenken. Also setzt die unter Druck. Versuch, die zu Fehlern zu zwingen. Das würde ich an Augsburger Stelle machen. So, und bei Union ist ja erstmal so, bau doch erstmal ein Spiel auf. Ein Spiel baut sich doch über zu Null auf. Fang doch nicht gleich am Anfang an. Oh, sofort, wir müssen schnell in Führung gehen. Blödsinn. Sehe erstmal zu, dass du so eine Einstellung, Sachen wie Defense, das ist eine Einstellung, da eng stehen, erstmal keine Fehler machen, langsam nach vorne spielen, wenig, wenig Ballstaffetten, weil umso mehr Ballstaffetten, umso höher kann auch die Fehlerquelle sein. Also vielleicht mal mit langen Bällen spielen. Es ist wirklich immer so abgedroschen, aber über einen Kampf zum Spiel, da ist was dran, dass du die zweiten Bälle dann nimmst und so das Spiel so einfach wie möglich machen. Das alte Union-Spiel. Ja, genau. Und dann wieder der Punkt, den sie immer hatten, was sie ja dieses Jahr bisher nicht hingekriegt haben, Standardsituation. Haben sie ja dieses Jahr bisher... Ja, das ist ganz einfach ein Fußball abliefern. Ja, und da kann man viele Beispiele nennen, viele Mannschaften geht das genauso, wenn sie zu viel wollen oder zu larifari sind, dann verlierst du auch halt mal gegen Drittligisten im Pokal. Und eine Woche später zelebrierst du wieder was anderes, weil halt die Basics denn stimmiger sind. Und du musst hier in dem Spiel gegen Augsburg, das ist jetzt so ein Abstiegskampf, ja, da geht es jetzt nicht mehr um irgendeinen Schönheitspreis, sondern wir brauchen Punkte, Punkte, Punkte und wir müssen erst mal zu Null spielen. Der Laden muss dicht sein, ja, die Fehlerquote muss ganz, ganz gering sein und dem muss ich zusehen, dass ich wieder in meinen normalen Selbstvertrauensrhythmus komme. Weil den habe ich gerade nicht. Da kann ich vorher so viel erzählen, wie ich will. Das entscheidet sich ab 15.30 Uhr auf dem Platz, wie sich mein Selbstvertrauen entwickelt. Und der Möglichkeit sollte ich zusehen, dass ich 90 Minuten fehlerfrei bin, dass ich danach wieder einen breiteren Selbstvertrauen habe. Weil selbst wenn in dem Spiel nach 60 mir ein Fehler passiert, wird es so sein, dass du ein Stück weit zerbrichst an diesen Dingen. Geht schneller als vorher. Also ganz einfacher, schnörkelloser, knallharter Defensivfußball. Und dann wird man es sehen. Ich hoffe nur, wie Axel schon sagte, dass nicht an der Seitenauslinie jemand steht und sagt, komm, wir peitschen den Laden jetzt nach vorne und wollen alles in Grund und Boden rennen, weil wir die Idee haben, wieder hochzustehen. Aber den Gegnern, denen zeigen wir es jetzt mal richtig, was wir können beim Hochstehen. Ich glaube, dann wird es ein schwieriger Boot. Und wenn du zu Null spielst, hast du einen Punkt. Jetzt wird jeder sagen, ein Punkt ist ja zu wenig. Hast du aber erstmal. Ja, eigentlich solltest du zu Hause gegen Augsburg einen Dreier machen, aber es ist ein Punkt. Du darfst das Spiel nicht verlieren, weil Augsburg ist ja ein Konkurrent von dir. Und wenn er dann spielt, es ist halt unentschieden 0-0, dann ist das halt am Ende mal so. Aber du darfst das Spiel nicht. Verlieren darfst du nicht. Ganz genau. Und es geht nämlich ganz schnell immer so, weil Mannschaften dann so, wie du sagst, hochstehen, komm, wir müssen den gleich mal Respekt einflößen. Ja, das funktioniert nicht. Du kannst es auch an anderer Stelle machen, Respekt einflößen. Ja. Musst du jetzt nicht hochstehen. Du kriegst gleich so einen latenten Schmerz im Knöchel, wenn ich das höre. Mein Knie tut mir auch gleich weh. Es wäre schon schön, wenn Kollege Grote einen gewinnbringenden Matchplan hat. Also ihr beide glaubt wirklich, dass Grote da am Samstag an der Linie steht? Ich weiß das nicht. Also wenn es nicht so wäre, wäre jetzt das, was wieder gesagt wurde, letzten Mittwoch natürlich in Mülleimer zu kippen. Dirk hat es grundsätzlich eigentlich mit Glaubwürdigkeit. Es sei denn, es wird blitzsauber verpackt, dass es jetzt nicht anders ging. Weil die Chance die einmalige des Jahrhunderts gewesen ist. Ich wünsche nur, dass wir alle ein richtig gutes Händchen haben, dass das gut aufgeht. Aber wenn du jetzt mit Leuten gesprochen hast, du sprichst jetzt mit Oliver Glasner. Der sagt doch, ich möchte das Spiel gegen Augsburg haben. Ja gut, das ist ja genau die Frage. das ist doch völlig normal. So, der wird ja nicht sagen, nee, weißt du was, lass mal, verliere mal 4-0 gegen Augsburg und gegen Bayern. Da würde ich gerne jetzt dieses Spiel machen. Also ein guter Trainer, hat jetzt schon den Blick, was da noch so alles kommt. Dann guckt sich das jetzt erstmal in Ruhe an, weil Oliver Glasner, Bo Svensson, wir wissen es ja nicht, was sie persönlich für Ziele haben. Vielleicht sind es ja Trainer, die nur noch im internationalen Geschäft, im internationalen Geschäft arbeiten wollen. Wir wissen es ja nicht. Bo Svensson kann ich mir das nicht vorstellen, Glasner weiß ich nicht. muss man mal sehen. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel ein Trainer auch sagen würde, oh Augsburg, da hätte ich davor eine Trainingsplanung. Oder wir tauschen das mit Köln mal schnell durch. Oder nachher hast du Braga und Bayern und dann gehe ich erst danach rein. Ich weiß, eine geile Geschichte wäre doch auch, wenn nach dem Wochenende jetzt bei Köln und bei uns geht es schief und dann tauscht man das einfach mal durch. Ja, aber das geht ja auch nicht. Da reden ja ganz viele von anderen, aber das geht ja nicht. Ein Trainer, egal wie der heißt, der muss doch, und wer, also ich mal von Auszingler sagt, du bist jetzt mein Spitzenkandidat. Du bist mein Mann, ich will dich haben. und sagst, ah weißt du was, lass doch erst mal Augsburg und Bayern spielen, ich komme dann danach. Jeder normale Trainer sagt doch, ich habe eine Woche Training, ich möchte eher gestern anfangen als heute. Also verstehe ich nicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du dann jemanden kriegst, der sagt, wo man den Eindruck hat, oh der ist froh, dass er beginnen darf wieder. Weil ein Trainer, der mit einer guten Struktur oder mit einem gewissen Plan an die Sache rangeht, sagt, eine Mannschaft zu übernehmen, die jetzt in den nächsten vier Wochen sechs Spiele hat, ist jetzt nicht wirklich mein Ansatz. Die Trainer gibt es auch, die sagen, ich mache das nur, wenn ich eine gewisse Vorbereitungszeit habe. Genau. Aber wer weiß das halt schon. Wir werden es erleben, aber wir glauben, nochmal nach Charlottenburg. Wir glauben, dass der 1. FC Union nicht in einer Situation ist, wo er nicht immer noch ein sehr attraktiver Arbeitgeber für auch Trainer aus dem oberen Regal wäre. Wir werden das weiterhin verfolgen. Schlenkern jetzt einmal noch in kleiner Tupfermanier heute nur nach Charlottenburg. Viel frei hatten sie wieder. Wie waren eure Tage? Schön frei? War diesmal, glaube ich, nur zwei Tage frei. Zweieinhalb Tage oder drei. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und Pal hat aber, und das würde dich freuen, und du wirst das auch wohlwollend zur Kenntnis nehmen, weil du am Ende doch ein großer Verfechter des Leistungsprinzips bist, ausgegeben. Er möchte 27 Punkte bis zur Winterpause haben. Und da kann man jetzt irgendwie mitrechnen, was das bedeutet. Und das heißt, Resultate abliefern, Axel. Endlich, wirst du sagen. Oder du sagst Leistungsprinzip. Wir beide sind Freunde des Leistungssport. Das heißt ja so, wir haben das jahrelang gemacht. Da bist du ein Freund des Leistungsprinzips. Und bei Pal, wenigstens sagt es mal einer. Wie gesagt, Benni erzählt immer, wir sind in der richtigen Richtung. Und der andere erzählt irgendwie, wir haben Turnhout. Habe ich schon mal gesagt, Pal sagt es ja wenigstens. Der fordert ja. Die Frage ist ja, bei Pal ist es ja ganz interessant, wenn man mal hört, viele sind unzufrieden mit der Art zu spielen. Da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Mannschaft nicht gut genug oder Pal holt nicht genug aus den Spielern raus. Diese beiden Fakten gibt es ja nur. Darüber können wir jetzt diskutieren. Ist zum Beispiel ein anderer Trainer mit einem anderen Ansatz, der von mir aus vorne attackiert, der moderner spielt, holt der mit der Mannschaft mehr Punkte? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß gerade keiner. Ja, aber das ist ja, das ist die Frage. Ist die Mannschaft gut genug? Nochmal. Ich finde, ich habe schon am Beginn der Saison gesagt, da wusste ich noch nicht, wie schlecht die Liga eigentlich ist, dass du mit der Mannschaft nicht aufsteigen kannst, weil qualitativ welche dabei sind, die ich für nicht aufstiegsbreit halte. Aber insgesamt finde ich das mal positiv, dass Pal sich einfach hinstellt und sagt, ich möchte, also ich habe auch zu wenig Punkte, das ist auch zu wenig. Der kritisiert auch seine Mannschaft. Das finde ich total positiv, weil der Rest nur immer Folklore und wir haken uns alle unter. Also das ist mir zu wenig und das finde ich großartig bei Pal. Siehste, das finden wir schon mal gut. Nächste Aufgabe ist dann in Hannover. Du hast ja dieses Jahr ein paar Zweitligaspiele gesehen. Hast du die auch gesehen? Ne, nicht im Stadion. Ich habe eigentlich nicht gesehen im Stadion. Aber Hannover die haben sich echt gefangen. Genau, die waren ja extrem wackelig unterwegs. Die waren ja mal auf dem Kurs unterwegs, wo man dachte, oh, Hannover 96, da wissen wir nun alle zusammen lange. Das war auch der Theater mit dem großen Mäzen Kind und Co. Genau, und dann in den letzten Jahren dachte man auch mal so, das kann auch mal schnell in die dritte Liga gehen, aber jetzt spielen die da oben in dieser überschaubar guten Liga einigermaßen mit. Genau, die haben 22 Punkte, sind damit nur zwei Punkte hinter dem direkten Aufstiegsplatz und waren bisher zu Hause insgesamt ziemlich stabil und das fast nur untertrieben. Zuletzt 0-0 auf Pauli gespielt, was ja im Moment dann doch die beste Mannschaft der zweiten Liga ist, auch wenn sie Axel nicht restlos überzeugt, aber trotzdem ist nur mal der Tabellenführer und da haben sie auch einen Punkt geholt. Das Spiel habe ich sogar gesehen. Und wie war Hannover? Bitte? Und was hat Hannover bei dir ausgelöst an Respekt? Wir haben ein gutes Spiel gemacht da gegen St. Pauli, also das war wirklich in Ordnung. Ich finde, so ein Spiel, du hast gerade die Tabellenzette Situation genannt, du hast auch Paul Zielsetzung genannt, absolutes, ja, das ist wirklich die Richtung jetzt. Wenn du das Spiel da verlierst, dann hast du mal locker acht Punkte auch Rückstand zu. Dann geht es runter, ja, du darfst da nicht verlieren, am besten, wenn du sendest mal einen mit dem Dreier, dass du auswärts mal Bescheid sagst, dass alle Bescheid wissen, oh, okay, mit der Hertha ist zu rechnen und das euphorisiert ja auch nochmal alles drum und dran, auch ein Spieler, mit dem Spieler macht es ja dann auch etwas. Das hat man doch schon vor ein paar Wochen in Kiel, weil genau das gleich hat. Ja, aber so ist das normalen Fußball. Das wiederholt sich halt. Naja, die Spiele werden ja immer weniger, muss man ja auch mal sagen. Also wir sind jetzt schon, hören wir mal ehrliches, wir haben jetzt 13 Spiele gespielt, 17 Punkte, das ist einfach zu wenig. Ja, das wissen wir ja. Das ist einfach so. Und deswegen, wie B. gesagt, du sendest ja was in Hannover, da denken alle, boah, das ist schwer zu bestehen und so ein Dreier ist eine Sendung. Hätte mal was. So, dann bist du oben dran, dann wirst du auch die letzten Spiele, die sind dann, glaube ich, Osnabrück hast du noch zu Hause, glaube ich, Elversberg. Hast du deine Hütte wieder voll, ja, und dann hast du so einen kleinen Flow wie gleich. Also das hat zumindest eine Richtung für bis Weihnachten. Oder? Ja. Und deswegen, ich finde, das ist eins der wichtigsten Spiele. Ja, es ist ein Signalspiel, weil wenn du danach hast, wenn du es nicht gewinnt, also wenn du verlierst, hast du wirklich, nie tot die zweite Liga, keine Frage, aber hast du erst mal so einen Dämpfer. Wenn du das Spiel verlierst, dann hast du schon alleine zu Hannover acht Punkte Rückstand, nach vorne werden es dann wahrscheinlich elf, zwölf sein. Die holst du jetzt mit der Truppe nicht auf, außer die anderen fallen völlig in sich zusammen. Also deswegen sage ich ja. Das Spiel ist schon nicht ohne. Und deswegen, glaube ich, hat Paul das auch gesagt. Weil er sieht das natürlich. Der sieht, hey, wir brauchen, wir brauchen mehr Punkte. Ja, er hat ja auch gesagt bei den letzten beiden Unentschieden, Paul macht ja immer seine Rechnung und hat gesagt, jetzt sind sie hinter seine Rechnung gefallen, jetzt müssen sie mal irgendwo Punkte holen, wo er nicht zwingend damit rechnet. Also ich sage mal, ein zweiter und ein dritter Punkt in Hannover wäre genau, wieder diese Rechnung ein bisschen ins Lot zu bringen. Und ihr habt recht, danach ist das Heimspiel gegen Elversberg. Gehe ich hin, weiß ich jetzt schon. 50 Prozent Rabatt. Nee, wir gehen mit dem Fußballverein von meinem Sohn. Total nette Aktion. Die ganze Kindermannschaft geht hin. 54 Leute haben sich angemeldet. Ist doch herrlich. Oder das wird ein großer Spaß. 50 Prozent Rabatt für die Tickets. Weiß ich nicht. Für die Tickets. Kann ja sein, aber wird doch ganz schön und nett. Wird aber netter, wenn man vorher in Hannover was holt. Und danach ist ja dieses sehr schöne Pokalspiel. Hertha gegen den HSV. Übrigens, das kann ich euch jetzt schon sagen. Gibt es ja nur im Bezahlfernsehen. Könnt ihr euch merken, live im rbb24-Inforadio. Natürlich. Und auch der Kick in Hannover. Freitag 18.30 Uhr ist der. Da sind wir live in der App. Also 18.30 Uhr am Freitag. Hertha in Hannover. Dann hast du noch Osnabrück und ein Spiel ist ja der noch. Du hast Elversberg, dann hast du HSV-Spiel, dann spielst du noch auf dem Betze. Würde ich jetzt mal nicht zu viele Punkte rechnen. Und dann eben noch Osnabrück, was ja ganz wichtig ist vor der Winterpause. Wenn du die holst, dann ziehe ich deine tolle Mütze an. Das ist das Mütchen. Ich kann die nicht abnehmen. Ich war nicht beim Friseur. Ich sehe so schlimm aus. Hast du die ganze letzte Woche auch schon gesagt? Mein Friseurtermin ist ausgefallen. Mein Friseurtermin. Was soll das jetzt schon wieder? Erst ging es hier schon um Altersdiskriminierung, jetzt haben die Haare auch. Das ist aktives Mobbing. Total. Aber dass du damit zum Friseur gehst. Stell dir mal vor, ich mache mir hier an die Mütze hin und mache mir so noch meine alten von früher, meine langen, blonden Haare an. Der macht ja ein paar. Der hat immer noch ein Kuhi-Lachen. Das mache ich. Weißt du, wer das auf meinen Ratschlag gemacht hat? Otto. Otto hat immer hinten hier schön seine Hählchen noch dran. Ich würde es auch bei dir machen. Das geht bestimmt gut. Meinst du, das fehlt mir? Ja. So. Ich weiß nicht. Du hättest mir doch deine geben können, wo du die hinten abgeschnitten hast. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, neigt sich der Hauptstadt-Derby-Podcast anlässlich der Trennung des 1. FC Union und Urs Fischers zwangsläufig dem Ende entgegen. Denn bevor wir gleich noch mit Axel über Make-up reden, würde ich dann doch abbrechen wollen. Hauptstadt-Derby at rbb-online. Das ist schon ein Thema, ne? Sei lieb. Sei lieb. Hör auf. Ich dachte, wir beide sind gegen ihn. Was soll denn das? Nee, du fällst mir den Rücken. Du bist gemein. Oh, jetzt lohnt es sich, wenn ihr es nicht bei YouTube gesehen habt. Jetzt wären die beiden älteren Männer gerade fast vom Hocker gefallen. Jetzt hat er dich nämlich auch als alten Mann bezeichnet. Jetzt hast du es gehört. Jetzt würde ich sauer sein. So, es entgleitet uns. Aber nächste Woche wird wieder Fußball gespielt. Deswegen sind wir dann wieder da, können uns auf die Kernkompetenz von Christian Beck und Axel Kruse dann kaprizieren und begrenzen, indem wir einfach Fußballspiele analysieren. Hertha's Spiel in Hannover und dann also der erste FC Union gegen den FC Augsburg. Das erste Spiel nach Urs Fischer, natürlich auch am Abend in der Sportschau vorher bei Inforadio die Bundesliga oder in voller Länge in der Inforadio-App. Alles für euch aufbereitet. Wir sind dann wieder da. Hauptstadt-Derby at rbb-online.de wollte ich gerade noch mal sagen. Schreibt uns. Axel, geht schon mal. Der Rücken hält nicht mehr durch auf dem Stuhl. Die Knie. Die Knie. Irgendwas ist immer. Hört doch einfach wieder in den Gesundheitspodcast unseres lieben Freundes Reiko Thal rein. Da gibt es bestimmt auch was. Reiko hört uns immer, du weißt. Und der macht bestimmt was zu Knien. Ja, Reiko. Reiko, du könntest wirklich was zu Knien machen. Irgendwie so Arthrose im Knie. Wenn du noch einen Gesprächspartner brauchst, hier hätte ich einen mit einer grünen Dolphinsmütze. Ich könnte ganz, ganz lange reden drüber. Und wir gehen jetzt zurück in diesen Montag. Wir hoffen, dass ihr trotz des Durcheinanders ein bisschen Spaß hattet mit Christian und Axel. Ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport. In einer Woche sind wir wieder da mit dem Hauptstadtderby und dann auch mit gespieltem Fußball. Bis dahin.